Drei Bürger, ein Politiker, ein Tag. Wer kann überzeugen? Wo sind sie nackt, thematisch gesehen? Wie lebendig ist unsere Demokratie? Wofür braucht es die FDP? Ich finde, ihr müsst euch auch um die anderen Menschen kümmern, nicht nur um die Unternehmer. Hier sind drei Leute, die dich zuballern. Und du hast noch nicht einmal gesagt, jetzt halte doch mal die Schnauze. Das Social Factual mit Jo Schück. Volksvertreter. Donnerstag, 22.15 Uhr. ZDF NIO.